Mint und Vorlesen in Aktion. Heute Farben. Heute haben wir zwei Experimente zum Thema Farbe mitgebracht. Diese eignen sich zum Einstieg oder zum Ausklang der Vorlesestunde. Vom Mitmachbuch über Bildwörterbuch bis hin zum erzählenden Bilderbuch. Es gibt eine Vielzahl an Kinderbüchern zum Thema Farbe. Drei ausgewählte Beispiele für Kinder ab vier Jahren sehen Sie hier. Und los geht's! Für unser erstes Experiment benötigen Sie nicht viel. Einen flachen Teller mit etwas Wasser gefüllt, Tintenpatronen, am besten in verschiedenen Farben und Zuckerwürfel. Lassen Sie die Kinder selbst experimentieren. Stechen oder schneiden Sie die Tintenpatronen auf. Ein paar Farbtropfen auf den Zuckerwürfel genügen. Anschließend wird der Zuckerwürfel vorsichtig in das Wasser gesetzt. Jetzt gucken und staunen. Noch spannender wird es mit zwei Zuckerwürfeln, die mit unterschiedlichen Farben beträufelt sind. Für unser nächstes Experiment brauchen wir Filtertüten, idealerweise zu Kreisen zurechtgeschnitten, bunte wasserlösliche Filzstifte, eine Schere und ein Glas Wasser. Die Kinder malen zunächst bunte Muster auf das Filterpapier. Anschließend stechen sie mit der Schere ein kleines Loch in die Mitte. Ein zusammengerolltes Filterpapier wird durch das Loch geschoben. Das Filterpapier wird auf das Glas gelegt, sodass das zusammengerollte Papier das Wasser berührt. Reden Sie mit den Kindern über das, was passiert ist. Was hast du ausprobiert? Wie hat sich das Muster verändert? Sind neue Farben entstanden? Mehr Ideen für Ihre nächste MINT-Vorlese- und Experimentierstunde haben wir Ihnen mit Unterstützung der Deutsche Telekom Stiftung unter www.netzwerkvorlesen.de slash MINT zusammengestellt. Viel Spaß beim Ausprobieren! Vielen Dank!